Wir sind in einem Kampfleben. Wir sind in einem Kampfleben. Das ist nicht all das, was uns Gott gegebt hat, was uns auf dem Grund Jesus Christus begann. Aber das schien so, als dann immer noch ein Kampf. Wir haben noch mal unseren Fleischchenchärper in Kampf. Nicht bloß den Charper, aber das Fleischchen Menschen werden. Wir können sagen, wir haben Kampf mit der düstere Macht in dieser Welt. Und ich fing dem Kampf verpasst, weil ich mein eigenes Fleisch kann. Ich will euch nicht deutlich merken, wenn wir einmal betätigt sind, dann ist alles immer. Da fängt es an, ich habe gesagt, ja. Da fängt es an, wenn wir an dieser düstere Macht gebungen und in der Knechtesche macht. Und wenn wir wegkommen, dass er gebungen hat, dass er in der Gefangenschaft sein kann, dann kommen wir an den Kampf nach, wo wir mit Geräusch aufschöpfen, was immer Macht hat. Denk mal an die Weltkampf, die von der uns nach ist. Was vielmals gesagt, der stetsste, höchste Macht im Krieg führen. Wenn irgend so ein Held fehlt, dann muss ich sagen, die können immer kommen, die können das durchführen. Das ist ein Beispiel, was schön verglichen ist mit der Kraft von B.H. So, hier sind Menschen in dieser Welt, was hier geschaffen hat. Und endlich ist uns in einem Jahr Kampfleben, wo wir beide sind, wo wir mit der Kirche führen. Wir mit der Wacken sind. Dort nicht uns in einem Fleisch, was wir losgeladen haben. Aber wir fingen in der Römer geschrieben, wenn wir einmal losgekommen von dieser Gezatz der Zünde. Warum will wir wieder zurückgehen? Und das ist ein Kampf, was wir erst. Das schien, so ein Fleischlicher Mensch erst durch nach Emma, so sich das Bild hier einhaut, die große Böse, das Chempt uns Emma noch hingehaut. Wenn wir auch noch Hans der Regierdreiter, Tauber, ist dicht bei. Warum? Solange wir in diesem Kampfleben sind, solange wir in unserem Charpa hier wohnen, dann ab der See, habe ich mir das zu tun. Und da will ich in der Mautus sprechen, mir das geeft nicht ab. Das ist mein erstes Wort. Ich habe ein fernes Lied, wo er sagt, ran und gebe nicht ab. Passt bei bei dieser Klasse von der Oren. Siehe mir ran und gebe nicht ab. Und wenn ich das ran und ich abgebe, ist ein sehr wertvoller Ding. Das würde ich auch haben. Ich sage immer, da muss ich ein Ziel merken, da muss ich nicht mehr kommen. Da muss ich uns nach der Hand büßen. Da muss ich wiederkommen. Ich brücke das Beispiel manchmal, wenn wir da ran. Zum Beispiel hier bei der Gaus, vor einer Verbier, einer Wellverbier vor der Sitz. da kommt dort, und ich weiß, dass ich nicht mehr Polen mitgekommen habe. Da muss ich nicht mehr ran. Und ich weiß, dass ich nicht mehr ran. Und ich weiß, dass ich mit dem Foto am Stein anheufe, nach der Hand dachs, wo an den Ziel ist, mit zu fahren, dann muss ich da abhubsen ran. Und dann hing er weh, und dann hing er weh, und dann, wenn ich da bin, dann muss ich ein Große an den Weg kommen, ja. Und der dann würde sagen, na, da ist dort ein Haar, nicht? Ha, sieht nicht mehr ein geworden. Ah, hier, ich da. Ich weiß, wie ein Ziel macht, ich fahre war, ich in den Kampf, da hat uns diese teuflische Macht ungefähr so viel bariert, als einmal Handvoll. So Menschen, die würde dann abgeben, na, ich habe mir die Hand gedacht, ich komme nicht rein, das ist vorbei. Lege da an den Rohren. So da, wie viel mehr an den Kampf leben, ich will die Motto sprechen, wir haben alle Versprechungen in der Bibel, dass wir nicht da willig geblieben, wir können abstehen. Das sehe ich jetzt da. Den habe ich, wir haben alle Gereitschaft, wo es bräuchert hat, diesen Teufel zu gewinnen. An sie geliebt hat, an sie klug hat, bräuchert wir dann auf zu leihen. Da würde es sich durchdrehen. Aber Gott geeft uns diese verschiedene Wege durch das Geheimnis, wo wir auf einen Gehaar-Taner-Klaus, wo Bärne, wir sehen können, diese Dinge zu überkommen. Und das ist, was ich jetzt will Motto sprechen. Einerlei bleibe beständig in Kontakt mit uns selbst. Reise nicht, wie ich war mit den Gedanken, wie ich sie sehen. Bleibe in Kontakt, dicht bei uns, dass ihr merkt, was passiert ist. Sie beständig an, was ihr Fleisch wirkt, in der Zeit, oder well, und was das Gouda jästet. Hier sind wir, dass diese drei verschiedene Dinge auf Feuerküpfel sein, die zäuerlich, Das ist das, was im jesaligen Kampf ist. Und diese drei, die kommen ganz ständig, brauchen wir in Kontakt zu bleiben mit ihnen. Bleiben in Kontakt mit ihnen jeslich. Tag für Tag, morgen, wenn sie die Böden noch connecten haben oder nicht. Morgen, wenn sie noch den selben Mord haben, was sie haben. Und die selben Mord haben, wo sie sind. Bleiben in Kontakt mit ihnen. Und wenn sie auch die Fleisch zusammenstellen, in Krippenwellen, wo sie das krippenwellen wollen. Weil wir hier wenden können, kriegt es, wie wir in ein anderer Kampf sind, mit dem wir durchführen wollen, brauchen wir alles zu planen. Und so brauchen wir auch in unser Leben zu planen. Wenn du ein Ziel hast, ein großes Gebiet abzubauen, dann musst du planen, was alle Brücke teilen. Und du willst planen, was von Foundation, was von Ferment du machen möchtest, aber dort die Ferment wird holen. Und wenn du da was teilen abmieren, dort hat alles Stoetjes, dort hat Glickes und nicht Scheife und Dralas. Dort brauchst du die Pläne so aus, als wir im Gäsel hier, was wir planen können. Aber im Gäsel hier war ich, dort, wie wann wir Entschädungen merken, und dort, wie wir gegründet sind auf diesen Stein. Wir können so leicht, ein klein bisschen besieden, ein Ferment, bühen. Wenn wir nicht wirklich die Erkenntnis haben, wo wir sind, dann bühen wir mal einmal besieden. Und dann sind so ein Ding aus, unser Sünde. Unser Sünde. Die teufelsche Macht bringt uns zur Sünde. Weit wie, was wir daunen, mit euch. Wir fingen dazu klar, dass wir fleischlich sind jetzt ohne, ja. Und wenn wir wahre Gebüden sind, das scheint so, dass das Fleisch von der Welt und der Hammer bekommend ist. Ich fing kein vollkommener Mensch auf diese Welt, was wirklich keine Sünde hat. Wir haben einen, was die Sehngottes wir, der wir ohne sind. Die haben alle Chancen für uns, wie wir ohne sind. Aber wir Menschen, wie Fäule in den Sinnen, immer wahrer und immer wahrer, wie aus Christen. Weil, wo stimmt das dann? Marius Johannes wird sagen, wie von Gott geboren warst, da wir nicht sind ja. Weit ihr dort, was von Gott geboren warst, hat nicht mehr die Eigenschaft, dort die Sinn gedät. Aber wenn wir uns Fleisch umgeheben sind, ist das ein Kampf. Wir dürfen, ich sage mal, wir dürfen einmal überblinken, übergeteut machen, im Gessel, dann soll Fleisch durch. Wir brauchen gewagert zu sein. Und das, was ich in der Welt sagen, geeft nicht ab. Wenn ihr ganz mutig und freig am Herrn sind, am Leben an Christus, aber einmal war ich an, Oups, das schreif ich an, das will ich nicht. Und weit ihr hierbein, und es dort ganz kreik, wat Gott uns gebracht hat, und dort ist das, Jesus gekommen, wann wirklich unsere Radung vollkommen wird, wie keine Sinn mei erdeiden, dann wird Jesus nicht erbrochen, dann hat er doch eine andere Wegekund tun. Aber, nun ist er gekommen, und es hier, mit seinen Gessen, und dort die uns rüthalbte dort. Und das sagt in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, so klar, dass wir, die gläubig sind, uns erst das geriet eine Kraft, eine Gotteskraft. Und das geriet welchen, das wird Paulus sagen, das heißt, ha, selbst nicht, sei er, hohe, getütteliert, vollkommen nicht zu sein, als das geriet Christi. Das ist, was uns halbend hat. Das nächste, was ist uns eine Kraft, was ist uns kaum, wo tun wir das? Weil, wie fängt auch Matthäus, das schreibt, Matthäus Kapitel 10, ich wollte nicht sagen, wo ein Farsch, aber da sage ich, ein Farsch, dass ich nicht komme, bloß Freude zu bringen, ich komme, ein Schwert zu bringen. Und das Schwert, weil ich nicht bekannt bin, und das habe ich. Wenn wir Gottes Wort haben, habe ich das Schwert. Wenn du sagst, du hast nicht den Kauf, jene Sinterstunden, das meint, der Chance nicht Gottes Wut, dann habe ich vielleicht noch so eine Menschen sein, wie Welle, so wenig ist, wenn ich, von der Wut Gottes weiß, dann bin ich verantwortlich geworden. Jemaia, wie weite, Jemaia, wat we doene, joh. Ich sage, aber Gott hält die verantwortung, anschein, ever, wat we willen te doene. Und wenn wir willen, sehen, was zu gehen, dann haben wir das da. Dann, als das Schwert, wie hat Gott sehen, wo es da, wat wir te alle momenten brücke channe, und wo wir ever kommen channe. Hier sind drei verschiedene Wee, wo ich wel von reden, wann wir in uns Leben in Betrag nehmen. Da sind so ein Ding, wat we moeten fortstouren. Da tja, wie nicht wachten, wat sowas. Wie moeten reiten sein, um fortstet Wut Gottes Haar, so ist Jesus teilen. Und da sind so ein Ding, wat we alle dach moeten doene. Und dann sind da noch Ding, wat we tja, zum Bisch spelt zweimal joh doene. So, das sind verschiedene Wege, wo wir tja, n dessen Kampfleben abreich holen. Das sind alles Dinge, wo wir tja, abreich blieben, in Kontakt blieben mor an ourselves. Nummer eindwürdig sei, die Selbstpriefung zu jedem Moment. Wenn du eine Entscheidung merken ist, dann du ehr sprieven, es dort fleischlich wird die trifft, oder es das heil ja ist, was die drieben hat. Was du dort da wehen, wenn du bist fleischlich gesonnen, oder was du dort da wehen, wenn du bist jästlich gesonnen, da bruchst du vor zu prieven. Das sind Dinge, was wir da sind, wenn du warst dann nicht da warst, noch viel merken. Du brauchst gar warte, was alles was prieven was. Das sind wichtige Dinge, und verschiedenste Dinge, das wir vor zu reit sind zu prieven, und vor zu reit sind zu Entschiedung machen. So ist das wenn anverhoffst, man einmal wehen, was freund hat, was wir nicht kraag weite, was das dann verantwort geben. Du weißt es alle weite, und dann jaffst es du gleifst und weite nicht näher woran. Manchmal stand ein pas zu sein, ich weite nicht. War hat, reit sein und dem antworte geben. Wie fing in der schrift, wenn wir ver reich kommen, wenn ich ver er belohnen, was wir alle sagen, wenn wir uns do lehren, man hat, wir zu dem moment reit sein. Wenn wir uns verantwort und man hat, der Welt menschen wird uns freund und dann was gleifst du, dann kannst du nicht wachte was was zu sagen was, wenn sie das fort sein, was du war das. Du brauchst fort eine Entscheidung zu machen. Dort brauchen wir in Kontakt zu sein mit uns. Wenn unsere Gedanken sind, dann soll wir uns verantworten. Dort ist eine Selbstprüfung, was wir fort machen. Der nächste ist eine Selbstprüfung . Alle Dach. Ich lebe alle an Stelle Tiet und und ich würde sagen, dass wir eine Stelle Tiet haben, wo wir selbst uns prief haben, wo wir best du, siek in Kontakt mit die, siek in Kontakt mit mir, siek bekannt mit was ich der Hymn habe. Hier sind weertvolle Dinge, die wir geriepen kennen, mit das. Erstens wird uns krief, zweitens wird uns beschützt. Als ich die die hat, wenn ich sowas noch an kass, mich auf der Rübeink durch und ich feilte mich bedreht. Wieso? Ich hatte nicht die Böcke, nicht die Kappe, aber ich feilte an Druck. Da brauche ich Zeit um zu grebeln, was ist geworden. Was habe ich gesagt, oder was habe ich geredet, oder was habe ich getan, wo zum das her. Und ich mache ich durch mein Leben vielmal, wenn ich da noch habe das zurückdenken, und was durch ein Dage passiert ist, dann komme ich nach der Wartel, ich komme nach der Eing, da fangt was wir doe. Die nächste Selbst Prüfung ist, der ich im Jahr ist dort. Ich sage, mich mal das stop, sein, wo ich lasse per Klausel had, das ist, ich habe, die blache, was sie an Pulse angeschroben, weil wir wissen, was das meint. Hier ist, das Paré in Bolivier. Oder Paré, was sei dort. So, das Szen ist ein Tekken, wo ich im Jahr anwur, mit einem den alle meinen Reden da war. Nicht über das Szen aber bis es vorbei. Und das ist ein Tekken von das jetzt sagt bei auf. Und so muss ich an meine Reden mit einmal an ich sie glück elte an was ich reden do. Das ist nicht mehr so nicht auf der kreik stemmt. Ungefähr mehr wenn ja we waren immer an wenn wir dort an waren dass das sieht wo der Teufel ins Hand treibt. Wenn ich dann was geht es für mich ist ein best bet als es wirklich ist. Wenn ich schleich es nicht so schleich ist. Dort wo wir anfangen Sachen rauf zu kommen. So ist es neid dass wir zweimal Jahr mal eine besondere Selbstprüfung merken. mal seken seben kontakt mit uns selbst mit Gott und mit Zin ihm jäst dort wie an war was er passiert erwekkungs und andere Dinge so hat erwekkungs hat es ist dort dort wir alle Wester mal erwekkungs hat hat ich schaats die sehr hoch mal direkt Zeit nehmen für eine week alle ovent baut schaft hat was besonders erwekkung gevin do und und weite dort hat joh Adel jemol bei me jemol in zonne oven so stört mit einmal wo ich an dann fang ich an wie dort Paris sein stilte hol das fang an wo ich wach ab und ich wach einmal an ich fang an die sage so zu vertellen als die es und nicht plus dort ich wach an dass wir die Familie thuis hatte in New York zwischen mir und meine frühe dass wir einmal dann feilheit waren um meine frühe mal an zu füten fange ich an zu grebel vielleicht hat die letzte sa man nicht gau ma einmal feilt dat waren dit sind er wat jonge wat passierend an wat wie channe ha twas in ei levens dit in zu af fannet denk wan wie klaar melk in dat eind er twee mil joh neem wie mal extra ein werd jeng oude er irgende dag sam do de ann worsario wo sie zich befried ha oude op in je birdstak dan nemen wiet fallet tiet dat sind ding wat wie brocken an ons ei leven wan ik dit vertel dan gliv ik zei die vres al hek wens min man dat mo wan ek dem kon wat wat regen dat die weins mo ei moet joh wo zun tun ek weet dat vres die verlang nu dat do wie dat dit sind ding wat wie brocken an leven am dat wie ons leven abrecht hole dat wie in dis vet je wennen moeg sturen die tekens dat dat fleischel je ware anfangen te schoffen dat du niet zoveel in kontak met die dat die dat moeg in das en dit sind kon vleven wan wie trengt kek don en de familie ab treng wo zet dat met onze kind van down en wo dat dat as man treng zent dat ding wat we andere tjane wat we verbeter tjane wo we meie eiwungen tjane benn ha am dat een familie jeft andere ding wanneer denkst an die jugend tjane 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 a tjane 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 da brug vi no te tjane dat we onze familie as productive mensche produziere in de persoon tjane 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 kreie tjane vo se tjane is entfee van deze ding wat dass wir in uns Kornfleisch haben, wo wir anzupfen müssen. Magst du, dass die Werke des Fleisches da ist? Oder wenn du von nicht trägst, dass du vom Paarwerk trägst, hast du, koste Abnahme, dass du eigentlich der fleischliche Hohenst? Bist du so viel in Kontakt mit dir selbst? Und in der Natur, die Dinge, die wir sagen, wie wir mit der Rechnung führen, dass wir auch Tagstol und all die Dinge, dass wir im Giesel so dicht in Kontakt bleiben, dass wir wissen, wie wir die Zeit gegangen sind. Magst du, dass wir in unseren Giesel waren, in unseren Gewässern, was ihr Bestes, was ihr Leandes, an das Wort Gottes, magst du, dass wir die Zeit gegangen sind? Oder magst du, dass wir das gleich? Rollen wir bloß auf. Das ist ein Kampfleben, wo wir beide sind. Ich sage immer, wenn du mögst, dass das Fleischchen jetzt passiert, dann mag eine Entscheidung. Geh in den Schritt, dort der Städte, dort der Essen, dort der Haare, dort der Haare. Jesus hat das alle betont. Geh in den Haaren, magst du los von dort, steh in den Ordnung und geh freilich wieder. So, wenn du ein Ziel hast, magst du ein Ziel, dass du mögst. Wenn du nicht weißt, wo die Haare ist, dann kannst du nichts mehr abstehen, dann kannst du am Schatten liegen und nicht treiben. Bei uns ist es ein Kampfleben, wenn du da was liegen geblieben, du hast vor den Teufelsstätten lacht, du hast deine Freiheit, wenn ich dir da keine Haare schrie. Ich habe hier ein Bild, wo ich in Bethel von reden. Das ist ein Bild, das in den Kampfleben ist. Hier fangen wir an, versägen wir uns ein Fleischchrist zu sein, bei uns eine Worte versägen wir zu bühen. Und wenn wir in den Krieg sind, dann leiden wir da mit ihm auf. Wir gehen durch den Glauben, was wir gerade vergessen. Und du hast, wo wir unseren Glauben annehmen, dass wir zu dem Tod Jesus Christus getauft werden. Und wo wir wirklich abstehen und leben vor Christus. Und wenn wir in den Tod leben wieder gehen, dann sind wir danach nicht sehr glatt hier. Aber alles, was unser Leben ist. Wir sind stet, wie wir hier in den Bänden. Wir stehen auf unseren Garbage-Klampen, und auf unsere Schwarte, Mellosch und Chicken. Jeder sieht, glücklich nachher. Dort kann es sein, wenn die Abend spätiert, passiert nicht lang, dann ist es in der Lochbahn. Weißt du, das war doch zu dünnhaft. Fleischlich. Wir sind trig, und unser Fleischchen ja wach, von Denken eingefallen. Dann sag ich manchmal so, ich dachte, ich habe alles bezeichnet. Ich dachte, ich habe Jesus angenommen, aber kann ich nicht mehr feilen. Dann fallen wir an, und das lach von uns, die vielen in. Fleischchen, die vielen in Brücke, die waren, zum Priefen. Und dann fallen wir, wir sind wieder verloren, als Jäumels, fern betieren. Weißt du, was? Das wird die Teufel gleich, wenn wir uns da können haben. Und das darf man, eine kleine Garbage-Lust sein, wo die Bovenste ist. Was meint das, eine kleine Garbage-Lust? Bloß, wenn ich es seit, von einem Tag, vor, vor dir betecken. Das ist genug, dass wir mal einmal feilen, und sie waren, ganz, versunken. Und hier sage ich manchmal, wenn du diese eine, kleine Garbage-Lust, vorst du nach den Krieg, bringst, dann bist du hierboven. Wo wir feilen, das ist nicht so wichtig, wo wir sind. Und wenn wir siedwurz checken, dort sind wir fleischlich sind. Das, wo wir die Boven machen. Eine Hache, wenn du von hier eine Hache checkst, oder von hier eine Hache checkst, das kreitig war ein. Mag kein Unterschied, dass du in der Loch besser oder auf dem Knobbel. Der Unterschied, was du magst, ist, wenn du sie checkst. Und das ist auch ein Kalmfläver, was wir haben. Ich möchte klar haben, dass wir wirklich durch diesen Glauben an Jesus Christus sind gerät worden und wir sind geheult worden, dass die Fleischel die Natur die bringt und zwar in das Loch nennen, dass wir so verloren feilen, als Jemals Eier. Aber ich sage, feilen, wir sind nicht. Wir sind in der Hand Gottes. Wir sind gerät und geheult von ihm. Aber durch fleischlich sein, kommen wir in das Loch nennen. Das ist ein Wahre Rütt. Klinge bet am Eierleben an, da werden die Lothar Klasse meiher von haben, aber wir wollen ein bisschen von das haben. Das Eierleben ist auch so ein Ding, was sehr dicht bei einem Reines mit dem Kampfleben. Eierleben. Sogar in der Bibel Biespäin von ist, das ist, was wir machen. Und ich kann hier ein Bild gemalt, ein einfacher Plus zu erklären, dass wir wirklich erstens vernünftig mit der Frühstück leben. Die Bibel vernünftig in eurem Leben führen, dann kommen wir auch nicht im säilische Leben an, auch nicht im Gäselchen an. Und so werden die Jebäder verhängt. Und das ist auch ein Konflikt, wo ich gleich davon erzähle, dass wir hier erzielen, dass wir vernünftig wieder aus Eierleben leben wollen. Was meint das? Damit wir waren ein Tschech, was Gott hat seinen Plan für uns gebt. Und dort wir eine säilische Connection haben. Das ist das Nächste. Hier ein Bild gemalt. Zum Beispiel, wir sind säilisch und jäselig verbunden. Dort wo wir die fahle Erfällung von uns Eierleben schrien tun. Aber das beides kann ich nicht, weil wir nicht vernünftig leben. Natürlich leben kann ich sein. Dort natürlich je eiche leben ist für diese Welt tohm dass die Welt sich vermehrt hat, die Menschheit sich vermehrt hat. Ganz platt die sage man und früh die produzieren Kinder, die produzieren Menschen, das ist natürlich. Und wenn wir das natürlich weich nicht brücken, nur Gottes plan, du hast wo uns jäsel weich to schlitten dat. Und sie gebeten, nur Gott jefft nicht meier knäckchen. hier sind viele Dinge in betracht kommen wo ich wel ab nab halben es dass die man so behandel als Gott geplant hat das ist ein schwager wie. Das ist was ich meine da wie die alle t so ist das fehl ding das wie nicht von die frühe verlangen aus Gott geplant hoff das soll tun das wir was uns verbinden hat ähnlich als uns mit Christus verbinden hat und dass wir diese Dinge in Verständnis haben was braucht du dorthin hier will ich einfach sagen die frühe verlangen so es Gott hat geplant hat als ein Schutz der Liebe beman zu finden wenn du natürlich wirst mit dine frühe leuven dann brauchst du eine seilische Schutz der Liebe bei dine frühe gegeven am dat das natürlich ding uitgeleef worden wat geplant haft ein Mann ist viel dollar anders ein Mann sind wagen wagen welk frühe sein Mann sind wagen van denken als dollar das sex port am verlangene frühe wo hij seine autorität seine kraft seilisch so wie bröke diese dreivage erkantnis ein ans eigen leven dat is ein konf was dat er der nicht als dat eigen leven wie jy benne sind als dat 20 joh 5 joh 10 joh immer jy sind maak jy dat was dat sei jy dollar verbongen nu als eigen lied als jy were dan jy avond befried werden dan sag me mal befried dan dacht ik so ein lied wat 20 30 joh befried werden den wud jy dat al messen olend zene die har al zoveel hing asik to zene wiet sei got di kun al got fief scho in eins at lache en is sot is dicht top so de lay word sache en ja vara kraken belt van en zemmelsche fuda ik zei ama wan lidi is wan die ein joh befried zent dan chan is ein scho in eins at man se 2 joh chan z 2 scho man in gläck is de fort jah to breit zes wo ze vlecht fift chan chan zaten maj mo wat je zacht jonge lid hai fort jah ho betult wens ze bruke blüste half dat zes wie nat jah ne chik do de lebe storn os dicht top zaten x je länge de befried zan jah stot jah lebe ha dat knack ganz tobt van hundert schild nein is all is what bruke dat zun andre wa ik so sit mat god wan wie mat god deze dich bie connection ha dan der wie nicht ama am on lamp hänge se ja wie se mat got ein versto mi nich so oba hai haft ans mana je mag wie goene zells wie hab de kroo van amen wie goene wie donen wat wie brokken nich bloos emma als busse donen busse donen busse donen an hängen zo zet het eigen levens en konf hab kloor door de bossende dat wie verbongen zijn chance du dienen fru ne bed als dan d ab van waai ja am an van wie alles fijn oba nu wat je aan die have nog lots garbage met je bracht van thuis van dat je wist had ze est het zo stot or hast du worst de en am an van ja dat weer some problems over de hav ins is alle waag is alle waag eigen leven van dat schoof des god dat je ploont have dan word van van jaar te joh beter en wat dat niet raag is dan zijn ik en mijn vrouw niet in god is wel ik would zei derige jaren wie had zware tiden gehad op derige die zware tiden worden we bloes noe en noe verbongen en weet je dit zijn twee interessante we ik zei mijn vrouw nog nie moel zo goed mir rückgeschoben. Gott hat ihn weich von uns. So, da ist eine Verbungenheit, was ich Ihnen erklären will, was Jesus passiert hat, seilisch und jästlich. Ich kann nicht gut, meine Frieden darf nicht sein, ich kann nur bloß in den Augen checken, dann weiß ich, ob sie mutlos ist oder nicht. Die ersten Jahre können sie sich verstauen, natürlich. Und hier sind viele so eine Dinge, was dort, nicht wie dort immer drei im Jästl, die sind wie uns in Briegel. Hier ist ein Ding, wo wir uns kampfleben, uns chanelere chanelere. Next, the belt. Das war da gleich zu erklären. Das ungerste Port ist uns natürlich weich von Knechte. Dort sind es ungerste Port. Viele von uns Menschen haben natürlich in Porten gesucht. Viele von uns Bengals können sie sagen, wie checkt ihr nun ein Schmuck im Jäal. Werde es auf der Gose, werde es auf dem Dons, ich weiß nicht, wie die Sante warst. Ich weiß, wo er ist, ja. Ich checkt ihr nun ein Schmuck im Jäal. Das ist wie ich nun checktet, wie ich mit anfangetet. Aber einmal werde ich an, dass wir in einem Jäal was mein Hort verlangt. Dann kommt das hier an. Das ist auch ein Schmuck. Ich werde abpassen, wie ich hier will. Aber das wird was mein Hort verlangt. Aber dann ist das Hort verlangt. Aber einmal werde ich an, das ist auch Schmuck aus dem anderen. Das ist das Schöpft. Das wird wie sieilig anfangen, verbungen zu werden. Wenn wir sieilig verbungen waren, fängt das an zu wassen. Aber gehen wir, wir gehen nach Hause. Und das ist was ich gleich hier zu vertellen. Wenn die will Gemeinschaft haben, dann geht nach Hause, schickt nach Hause. Und das passt im Jäsel, die Lebe kriegt, und das kommt auf die Lebe. Das ist ein Lebe. Ich sage, nun, mein Mann, recht zu Lebe, meine Frau, ist viel zu gefährlich. Ich schreibe meine Lebe nach Gott, und kann die Erde geben. Das ist viel zu Wenn ich einen Weg durchgehebe, dann weiß ich nicht, dass alle meine Fleisches, Leven, Lasten, was immer verschwinkt, was Gott nicht ausschiegt. Das ist die Gemeinschaft, was wir haben durch Gott. Das andere Schöne Ding, was wir haben, ist, dass meine Frühe mautlos ist, ich brauche kein Wort. Ich kann mich mit Gott verwielen. Hier ist ein Denkwort, was wir in 1. Korinther 11 fingen. Wir sind eigentlich fleischlich, seilig, aber erst als meine Frühe und ihr Gott, nicht ihr Gott. Wir sind ein Paar an der Seil. Die waren beide um den Himmel gekommen und wir waren da mit Gott zu sein. So, wir können glücklich sein ans Kampfleben, wenn die Partner glücklich ist. Und wenn mein Partner glücklich ist, das ist nicht ein Problem für mich, das ist nicht allein für mich. Ich habe das Reich, Gott seine Leib, nur anzuregen, aber auch, was ich möchte. Und da ist China, was bei der Kahn aus Gott seine Leib, was meine Frühe mautlos ist. Das ist China, dort ist ein deubes Gemeinschaftsleben. Wenn man sagt, wir wollen von hier nachher gehen, gehen nachher ganz bei dir. Dann musst du natürlich mit ihnen früh bleiben, mit Vernunft. Und du wirst seilig Gemeinschaft haben, morgen früh. Und dann habe ich jetzt glücklich bleiben. Das Seilsäure, wo wir von hier lebt, in Grautetport. Die sagt immer, wenn wir seilig verbunden waren. Das war heute meistens schafft. Probleme kriegt es auch, wenn das seilig was glücklich war. Und das seilig glücklich war, weil ich erkläre, was ich meine. Wenn wir natürlich können, wenn wir seilig nur Gottes Wahrheit gehen. Bloß zum Beispiel, dass Gott geplant hat, natürlich, dass Menschen alle leben. Ab dieser Welt. Die Wahrheit sehen. Und wenn ein Mensch anders ist, ist ein Stück frei, wo wir keine Gemeinschaft haben. Wo schafft Gemeinschaft natürlich manche Menschen. Nun rede ich von Gemeinschaft, was wir als Menschen ütleben können, was Tiere nicht können. Die zwei Dinge topnehmen, da erkenen wir Gott. Dann wo wir ein, da muss noch, was Jesel jetzt sagen. Wört uns diese Kraft, ja, für das. Und das ist eine große Wahrheit, Ben. Andere, wo wir hierherum sagen, ja, aber Jesel, das ist eine Meinung. Das ist die Hauptsache. Aber ans Hauptsache, wenn wir seilig waren, verbunden waren, dann erkennen wir viel besser Gott. Und das kriegst du natürlich. Wenn wir uns natürlich denken, wir können einen Händen zurückgehen damit. Wir sagen ja alle, und da sind wir uns einig, dass Jesel ihr Leben ist die Hauptsache. Und die Bibel sagt, ich trage das am Ersten nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das, was sage ich, das andere alle zufallen, ja. So. Und bei so, als es das andere war, heraum auch. Wenn wir natürlich nur Gottes Plan leben, in seilisch Gemeinschaft haben, hier ab und ihr, und an andern. Dort bin ein Ding wie Gott. Dort fuhr taub. So wird das Haaren träg. Aber wir können meist nicht seilisch Gemeinschaft haben, wenn wir wirklich glauben, wir stammen von oben. Dann geht das nicht. Wir brauchen dort alte Erkennen, dass die Natur, die Gott geplant hat, es ganz das wird, dass wir bloß von oben stammen. Oder ein Hippi sieht mal, wir stammen von einem Kampf. Er sagt, das Kampf hat so lange geproppt und geproppt, aber es schlässlich noch ab, wie ich weiß, und er wird nicht mehr Menschen hier. Das ist wie das auch geliebt hat. Ich fing das anders. So seilische Connection, es sei ja dicht wie. Nächste Ding, wenn ihr wirklich in eurem Leben will, glücklich melken. Das ist auch ein Fan des Biespels. Wenn ihr natürlich leben, das Gottes geplant hat, vor ihr natürlich zu leben, und ihr seilische Gemeinschaft habt, so dass Gott geplant hat, dass ihr hier, dann habt ihr ein sehr schmuckes Biespels von dem Himmel. Dann habt ihr hier einen Verschmuck vom Himmel. Aber wenn du Fehler, wenn du eure Reichtigkeit hast, wenn du die teuflische Mörder magst, oder die teuflische Leer magst, dann schafft das nicht, dann dauert das nicht. Das ist ein Kampfleben, wo wir beide sind, wo wir mit schaffen tun. Weit ihr Trinkfall ist, sei einfach. Das mag wie immer waren, Trinkfall in unser Leben an, denn das hat sehr hastig unbedacht und ohne angedacht. Da fallen wir von selbst. Ich sage manchmal, das rutscht wie Trink. Wir dürfen bloß auf die Eisplatte gehen, da rutscht er drauf. Und ans olle Leben anfallen ist so einfach, wenn wir nicht im Kampf sind, dann fallen wir im olle Leben an. dann fällst du an deine eigene Selbstkontrolle an. Du fällst so leicht an. Du fällst so leicht an deine Suche an, an deine olle Gewahnheiten an. Du haben eine Rede, wie von all das, das im Kampf leben. Jesus ist gekommen, vor das. Und wenn wir das in den Glauben annehmen, dann habe ich die Kraft, in 1 Johannes 3,8 sage ich das, dass wer das Sinn hat, der ist vom Teufel und die Teufel sind dich von Anfang an. Und dort ist Jesus gekommen, dass er das Wort vom Teufel verstehe. Und weißt du was, das Wort vom Teufel verstehe, das ist ein Christ. Das ist nicht unbedingt bloß an Weltmenschen. Wir müssen es verstehen, dass ein großer Wort von der Bibel ist, dass wir für Christen schreiben. Wir können den Erlösungsplan lesen von Johannes 3,10, das ist ein Versch. Und wenn wir alle Welt sagen, wer die Glauben hat, dass wir ein Kind Gottes sind, dann sind wir gerät, dann sind wir gerät, dann sind wir gerät zu sterben. Aber Gott will nicht, wir haben das Leben volles Unigen gebrochen, wo wir leben können. Und dort brauchen wir, dass wir wissen, dass er die Werke des Teufels verstehe, die Werke des Fleisches können wir sagen. Und das Fleisch, das wird immer die Wahrheit abducken, dass Jesus Christus verstehe, er hat das gesagt. Er ist die Kaummonsters in den Weg zu nehmen. So ein Versch. Wie ich in 1 Johannes schreibe, dass er sehr wertvoll ist, dass er ganz klar hat, als ein Kampf lebt, wo er uns sicher ist. Wo wir immer kommen können, ganz klar, wir dürfen nicht twiblen. Zum Trinkfall, da dürfen wir nicht sehr verlieren, nicht sehr hoch gelehrt werden, aber bei Trinkfall, da waren wir nicht sicher. Das wollen wir Trinkfall. Wenn wir nur jemand vor uns kommt, da ist, wo wir Trinkfall. Wenn du Trinkfall ist, dann du nicht versichern mit deiner Selbstkontrolle, wo er abzustehen. Dort die Driebe von den Hellen gehst, dort kannst du nicht doll warnen, so machen sie dann. Wenn sie so ein Trinkfall an eurer Sicht über sich selbst so doll waren, wo er sie dann hat. Weißt du was? Und das ist noch der zweite Fall. Wenn du noch mautlos dort die zweite Fall da bist, dann hast du die dritte dann getan. Wir brauchen auf dieser steht klar zu haben, dass wir nicht gerne unser Selbstkontrolle nehmen, uns einig nemen, und zu uns selbst schicken, so ein Christbestum. Das ist ein Ding, wo wir mit der Klarheit zu haben, dass wir sind an Christus. Und als die uns die Sünde wahrnehmen, werden wir ein Leib, ein Geduld, mit uns voll nur Gott schicken, und zu uns hier sehen. Dann ist die Frau vorst du abgestoßen. Nehm die Zeit zum Gebet und geh vorst geduldig im Kampf. Was meint das? Vorst geduldig im Kampf. Sie nicht auch geduldig mit dir. Aber du nicht lange lernen. Geduld und lange lernen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Sie gönst je loten, und sie sagen, wenn du die mal einmal hast, verzindigt, wo du einmalig hat sie wollt, und du hast sie gore, anwar hat sie reet. Dann hups nicht los. Sie geduldig und gore vorst, und sei, weitswort, ätch her reet. Ek sie reet. Ek weit hat, dass Jezus es, meine Leider, Haar. Die verjaft mich für das, und ich will nicht mehr sie tun. Dann du nicht lang grebeln, du nicht lang trägst, weil ich das anders alle tun. Wenn du diese Dinge wirst tun, wirst du klare sein, du wirst erkanen können, wo du erst nicht an gedacht hast. Das ist viel von den Dingen, wo wir vorst, geduldig, und neu, mit klarheit, schaffen. Wir wollen nicht kraft von morgen. Das ist ein sehr wichtiges Wort, wir brauchen zu weiten. von Christen, Gott hat uns nicht kraft für morgen. Er hat wenig raum für jester. Von dem will ich glücklich sein, von dem will ich gesund halen. Von dem will ich gesund eten, dass mein Vater noch hundert Jahre kann leben. Von dem will ich so fremdlich sein, dass hunderte Menschen fremdlich werden. ein fremdlich kicken. Das ist von dem Sänger gedacht, die Pflicht in der Welt. Wann kann Gott schaffen? So kannst du eine Entscheidung machen, was 100 Jahre war. das was. Das war von dem an. Ich will von dem an 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 am dem an 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 Aber das ist von Jesus Christus das, was dich stark macht, dich empfiehlt. Das ist das, was dich stark macht, dich in deinem Fleisch. dich in deinem Fleisch will dich auch. Was redet die Bibel von diesen Sachen? In uns kaum leben, ist es neidisch, dass wir geloten sind und unsere Sorgen wegschmieden. Viele von unseren Sachen, von unseren Lebens sind, dass wir die abklumpen. Und nicht abklumpen, was dann passiert ist, die wir uns bedenken, klumpen wir ab. Wenn ich irgendetwas habe, was mich in den Kampf geben hat, dann muss ich meine Sorgen-Gereitschaft nehmen, dass ich in so viel nachfliehen, dass ich dort auch sein kann, das wird schwachen. Das ist, was viel von dem passiert ist. Und Matthäus saß vers 9 und sag, das Sammel tun nicht in Schatz auf ein Eid, da wo die D 401 gutt wird, wird er wegstellen. Weet ihr, wie die D 401 gutt wird, wird er wegstellen? Wenn du die allere Anything hier ausdenken, da ist der Konzent, der Teufel, wird er wegstellen. Oder wenn du die allere Dinge in Topschwürst ist, wie können sagt, es ist ein natürliche Ding. Geld geht zu stellen. All das natürliche Habengut, ist das die D 40-Jenze wegstellen. Oder Arasta wird verrastren, was immer das ist, das vergenkelt jetzt Stoff. Da die nicht hier waren in Schatzsammler, sammel die in Schatz im Himmel. So jeder, so einfach, als ein Glas wurde ergeben, das wird die nicht unbelangt bleiben. Und wenn du die was im Bischweil machen, in dein Kampfleben hier, du wirst in Schatzsammler im Himmel, und du wirst dort verglichen mit von der, und wo das hier ist, und du wirst gleich einen Palaus haben, 500,000 Dollar, wenn alle stehen, und alles die Bande, was die fehlende hat, dann macht die mal im Bild, wo du kannst so ein Palaus kriegen. Dort ist, wenn du einmal freundlich kriegst, zu einer Person, dann war er dort, wo immer du bruchst, Tele gefliegt, oder da war ein Lichter angehungen, reich bunte Schmöcke. Dort wurde ein Hand gehungen, wo er einmal freundlich kriegt. Dann sammelst du die in Schatz dort. Und dort ist das Ding, wo du die kannst verstellen, wo das anders kostet. Wenn es dann, wie man das Verstand verstellen, ja, so ein Palaus, wo er immer das ist, in La Paz, oder in Campo Chihuahua, oder wo er immer das ist, so ein Palaus, wo er gleich ist. Da macht die mal ein Bild, wo du kannst im Himmel in Schatz sammeln. Wenn du einen armen Mann im Namen Jesus wirst du nicht gehen, dann hast du dort eine Stolge gebot. Denk wie mein Mann, wo wir uns schatz sammeln. Das ist ans Kampfleben. Ah, da hat eine feine Arme gekriegt, ja, der halb war ich die Arme geben, wann sie dir schon eine Pfad ist. Weil, ich konnte vielleicht noch nächstes Jahr. Aber dann muss ich dir doch einen Arme geben. Wo sind wir? Wo sammeln wir uns Schatz? Dort sagt, wo ich Kloa wo den Schatz ist, du hast den Hort. So kann das seltsche Kapitel, das ist der Kapitel. Dort sagt, Matthäus, das ist versprichend wenn ich, du kostest nicht zwei Haare deine, du kostest nicht den Marmon deinen in Gott beides. So wie brücken den Marmon an, dass wir Gott deine schreien, wie deine nicht Gott brücken, damit wir an das Marmon schreien. Das andere war herum. Wo hast den Schatz? Du hast den Schatz, als du hast den Hort. Matthäus sagt 21. Glaubst du was Gott für die Sorgen, wenn du erst in der Amt trachtend bist? Es ist Gott, der hebt den Vorder, was für die sorgt. Hast du ein Verständnis über wo Gott das meine das, wenn er sagt, du sollst nicht Schätze sammeln, hier bei ihr. Du sollst den Himmel sammeln. Weißt du was, wie lege Gott am Hort? Hat er einmal an gedacht? Wie sind seine Kreaturen? Er hat uns gemerkt. Wir legen arm ganz am Hort. Er freut sich, wenn er antwortet, dass wir freundlich schicken, dass wir eine Sehnung rückkommen. Das ist ein Ding, wo wir uns verstellen, dass wir in Schatz im Himmel sammeln. Uns ist ein Kampfleben. Wir machen uns so leicht all das verdorben. Du kannst von den Rutschicks alle Gottes herrlich sein. Du kannst da uns sein, dass uns leift. Er gleicht uns. Und wir auch wie seine Arm gleichen. Jesus schenkt uns der reichte Medizin versorgen. Was ist das für Medizin? Das ist was hier sagt. Matthäus sagt das und sagt das Sorge nicht immer was du eit und Kleider was haben. Wenn es jeder Tag hat versich eine Sorge. Man klar das von dem Tag wo er glücklich ist. Von dem Tag we got me halb right. Und da und gedacht dass wir nicht der was schwor haben das andere Ding dann wir das losloten was ist. Wir können nicht all das abklampen und set ab an das Garbage los. So ist es von trinken. Ich nicht schwor mit dem Morgen was trinken oder nicht. Ich nicht schwor mit dem Morgen was schmecken oder nicht. Jesus schafft die von der Kraft hat nicht brux. Sie do me to Frieden dankbar. So sind mit Sorge. Meine frühere Großpapa die seht manchmal meine größte Sorge ist dass ich nicht sorgen will. So ne sei heute manchmal. Die geratste Sorge wird nicht Sorge wird. Und so ich habe wir sind die geratste Besorgnisse sie mit mir selbst nicht sinnvoller war. Dann habe ich sorry. Wurden wäre wir immer schwor haben ich wäre sinnvoller wenn all diese Versprechungen hier sind wie die kraft die jene zu champfen. Hier sind so eine ding wo die Kinder rote sei niemals wo er nicht sind. Wir haben euch die to dort. Wenn die rote merken wird wirklich Gott sein will und leben du hast wo die Kampf leben bin hast die wir über wende. Wenn wir dit ist sein dann nehmen wir an sie eine Kontroll vertraue ab Gott und dem Glauben was du hast. Wens die nicht so ein großer Glauben was Jan man schaft was am zu freden mutig es den Glover was du hast a richtig toe want es a clean assistance arm kuhn mark dem active mark dem schaufen an die